Alright Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video, freue mich riesig, dass du wieder mit am Start bist. In diesem Video werde ich auf ein konkretes Thema drauf eingehen. Das heißt, das Video wird jetzt vielleicht nicht so ultra relevant für die Masse sein, allerdings habe ich das Empfinden, dass ein paar Leute da draußen auf jeden Fall dieses Video sehen müssen, beziehungsweise diese Botschaft, die ich hier teile, mitbekommen müssen. Und deswegen würde ich sagen, let's go! Und zwar in dieser Business Bubble, in der ich mich oftmals bewege und in der auch sich sehr, sehr viele von meinen Zuschauern bewegen, herrscht oftmals das Paradigma von, hey Bro, du musst die Leute da abholen, wo sie sind. Meet sie at the current state. Hol die Leute da ab, wo ihr Problem ist und dann sprich das Problem an und dann kannst du später die Brücke bauen und sie hochziehen. Das ist so ein bisschen das Paradigma in der Businesswelt. Und warum das aus energetischer Sichtweise kompletter Bullshit ist und was tausendmal besser ist, das werde ich dir in diesem Video erklären. Und damit let's go! Erstmal möchte ich dir zeigen, was die meisten Leute machen und es gibt ein Beispiel, wie die meisten Leute es halt eben machen und warum du es eben genau nicht so machen solltest, weil du dich in dieser Weise, wie du es die meisten Leute machst, dich extrem reduzierst. Und das heißt, ich habe ja schon mal einen geilen Graph vorbereitet. Hier links siehst du die Frequency. Das heißt, je höher du auf dieser Skala bist, desto höher ist dein Bewusstsein, desto höher ist deine Energie, desto höher ist deine Frequency. Und je niedriger, desto niedriger ist deine Frequency. Wobei das jetzt natürlich trotzdem ohne Wertung ist. Nur weil du höhere Frequency bist, heißt das nicht, dass du besser als andere Leute bist, beziehungsweise das ein State besser als der andere ist, das sind einfach unterschiedliche Entwicklungsstufen und die niedrigen Frequenzstufen sind auch auf jeden Fall ganz geil, wenn man die voll auslebt, auf jeden Fall. Ne, dass ihr Bescheid weißt, das heißt, alles was ich sage, ist ohne Wertung. Aber stay with me. Sagen wir, du bist hier, du bist der ultrabewusste Boss, du bist der hochschwingende Boss, du bist der krassbewusste Motherfucker, könnte man sagen. So, das heißt, du bist von der Frequency relativ hoch. So, deine Zielgruppe allerdings, die Leute um dich herum, beziehungsweise doch deine Zielgruppe, die sind allerdings hier unten. Das heißt, sagen wir, die sind relativ niedrig schwingend. Das heißt, die haben noch sehr, sehr viele 3D-weltliche Matrix-Club-Probleme von mir aus. Das heißt, denen ihr Problem ist nicht, wie kann ich das Bewusstsein der Welt erhöhen, sondern denen Problem ist, hey kacke Mann, ich wollte doch eigentlich 100 Call-Calls jeden Tag machen, weil es mir mein Dead-Inside-Business-Coach gesagt hat. Und jetzt versuche ich auf Biegen und Brechen diese 100 Call-Calls pro Tag zu machen, aber ich progressiniere einfach und wenn ich es dann mache, dann schaffe ich nur 50 und ich ziehe einfach nicht durch. Und das heißt, denen ihr Problem ist Progressionation, beziehungsweise, dass sie es einfach nicht durchziehen, beziehungsweise, dass sie einfach ihr Zeitmanagement immer noch nicht auf die Kette kriegen und so weiter. Das heißt, so ganz niedrig schwingende Probleme könnte man einfach mal sagen, mal ein bisschen vom Hohen rausgesprochen. Aber ihr wisst Bescheid, ohne Wertung. Und das heißt, das ist so ein bisschen das Problem, wo die Leute da aktuell sind. Und dein Bewusstsein ist allerdings schon tausendmal höher, sodass du ganz genau weißt, ey Freunde, Alter, warum macht ihr überhaupt 100 Call-Calls? Ihr versucht da irgendwie Leute zu überzeugen, die überhaupt gar nicht natürliches Zeug angezogen werden. Das ist so ein bisschen dein Bewusstseinslevel und die anderen Leute sind aber vom Problembewusstsein her noch relativ niedrig. So, was ist jetzt das Paradigma der Business-Welt? Das Paradigma der Business-Welt ist, hey Pro, hol die Leute da ab, wo sie sind. Sei ein Brückenbauer. Bau eine Brücke. Und das heißt, in diesem Fall würde es jetzt ungefähr so aussehen. Sagen wir, du machst irgendwie, keine Ahnung, ein Lead-Magnet, wo du sagst, hey, ich zeige euch, wie du aufhörst zu prokrastinieren. Ich zeige dir, wie du endlich 100 Call-Calls pro Tag hin schaffst. Und das ist dann dein, dann von mir aus, Lead-Magnet, beziehungsweise das ist deine Außenwahrnehmung. Hey, ich zeige dir, wie du zum krassen Umsetzer wirst. Hey, ich zeige dir, wie du zum Macher wirst. Hey, ich zeige dir, wie du zum XY wirst. Und das ist dann so ein bisschen deine Außenwahrnehmung. Das heißt, deine Frequency, die eigentlich extrem high ist, ja, die stumpfst du jetzt ab, die reduzierst du. Und zwar in einem Lead-Magnet oder in einem, ja, wie gesagt, in einer Außenwahrnehmung, wo du dich abstumpfst, weil du einfach die Leute abholen willst, wo sie sind. Hey, du bringst irgendwie, keine Ahnung, einen Beziehungsratgeber raus, wo du ganz genau weißt, dass 99% davon Symptombehandlung ist oder irgendwie ein Produktivitäts-Sheet oder ein Dopamin-Sheet. Habe ich wieder auch gemacht, ne? Schuldig. Wo du denkst, wo du eh weißt, dass 99% davon Symptombehandlung ist, aber immerhin hilfst den Leuten. So, das ist das, was du machst. Das heißt, du bringst etwas raus, beziehungsweise du reduzierst deine Außenwahrnehmung auf dieses eine Problem, sodass dieses Problem, was du in deiner Außenwahrnehmung kommunizierst, mit dem Problem der Zielgruppe übereinstimmt, beziehungsweise mit der Frequency übereinstimmt. Das heißt, deine Außenwahrnehmung stumpfst du ab, deine Außenwahrnehmung reduzierst du mit Absicht, damit die wahrgenommene Außenwahrnehmung deiner Zielgruppe matcht. So, und jetzt hast du eine Brücke kreiert. So, und jetzt denkst du dir, okay, geil, ich hole jetzt die Leute, ich hole jetzt meine Zielgruppe, die hole ich jetzt da ab, wo sie sind, mit irgendeinem Dopamin-Sheet oder mit irgendeinem Produktivitäts-Sheet und dann, sobald ich sie in meinem Coaching drin habe, beziehungsweise in meinem Programm oder sonst irgendwo was drin habe, dann kann ich langsam die Brücke nach oben bauen und kann sie wie so ein Aufzug oder wie so ein Leiter, kann ich sie stückweise nach oben auf meine Frequency ziehen. Das ist die Denkweise, das ist das Paradigma, was in dieser Businesswelt so vorherrscht. Ich mach's nochmal, so, ich mach nochmal eine geilere Zeichnung. So, was ich nochmal zeigen will, um das jetzt nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, sagen wir, du hast hier, das ist ein Berg. So, und dieser Berg, der geht straight nach oben. So, zack, zack, zack. Und das Ziel ist natürlich, diesen fucking Berg zu besteigen, der kein Ende hat, allerdings das Ziel ist so hoch wie möglich von mir aus auf diesen Berg zu kommen. So, und sagen wir, du bist der krass bewusste Motherfucker, das heißt, du bist hier oben und die ganzen anderen Low Performer, die Niedrigschwinger, die sind alle hier unten. So, und jetzt denkst du, du gehst mit dem Paradigma aus der Businesswelt gehst du hin und sagst, hey, ich will den Leuten da unten helfen, ich will, dass die auch auf meinen State kommen, also muss ich mich reduzieren, das heißt, du läufst von deinem höheren Berg, läufst du runter, nach unten zu den Boys, machst dann Händeschlag, High Five und ziehst sie quasi, reißt dir in die Hand und dann ziehst du sie gemeinsam nach oben. So, das ist so ein bisschen das Paradigma der Businesswelt, das heißt, du reduzierst dich, um die Frequency von anderen Leuten zu matchen, sodass du sie danach hochziehen kannst und zwar auf deine Frequency zu bringen. Das ist das aktuelle Paradigma, was die meisten Leute machen, die halbwegs bewusst in diesem Space sind. Und das ist absoluter, absoluter Bullshit. Absoluter Bullshit. Bullshit, 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 Bullshit. Warum ist es absoluter Bullshit? Weil du dich natürlich krass damit reduzierst. Du dimmst dein Licht, weil du andere nicht blenden möchtest. Du dimmst dein Licht, weil du Angst hast, dass dein Licht so hell scheint, dass es andere blenden wird und die dann nicht mehr zu dir wollen, beziehungsweise du sie verlieren wirst. Deswegen reduzierst du dein Licht, weil du die anderen nicht abschrecken möchtest, weil du Angst hast, sie zu verlieren, weil du Angst hast, alleine dazustehen. Und deswegen reduzierst du dein Licht, deswegen willst du eine Brücke bauen. Und an sich energetisch betrachtet ist das Dümmste, was du machen kannst, weil ab dem Zeitpunkt, wo deine Außenwahrnehmung nicht mit deiner Innenwahrnehmung übereinstimmt, das heißt ab dem Zeitpunkt, wo du nach außen irgendwie sagst, hey Freunde, Alter, ihr müsst nur dieses krasse Dopamin-Sheet lesen, dieses krasse 100 Cold Calling Sheet oder dieses krasse Produktivitätssheet oder diese 5 Fehler müsst ihr vermeiden, dann seid ihr krass. Wenn das deine Außenwahrnehmung ist, allerdings deine Innenwahrnehmung ist, Alter Freunde, ich weiß ganz genau, dass ihr alle nur Minderwertigkeitskomplexe habt und ich weiß ganz genau, dass ihr eigentlich gar keine 100 Cold Calls machen sollt, weil es überhaupt nicht eurem Naturell entspricht oder sonst irgendwie was. Wenn das nicht deine Innenwahrnehmung ist, das heißt, wenn du deine Innenwahrnehmung nicht eins zu eins nach draußen bringst und es zu deiner Außenwahrnehmung machst, dann lebst du ab dem Zeitpunkt eine krasse, 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 krasse energetische Dissonanz. Und das heißt, du hast dann ultra diesen krassen Split zwischen deiner Innenwahrnehmung und deiner Außenwahrnehmung. Innen drin weißt du nämlich ganz genau, dass die Leute Beziehungsprobleme haben, nicht weil sie die 5 Sprachen der Liebe nicht kennen, sondern weil es einfach fundamental eventuell nicht passt und die Leute eigentlich nur lernen dürfen loszulassen oder sonst irgendwie ein anderes Thema. Und du weißt ganz genau, dass die Leute eigentlich keinen Bock haben auf 100 Cold Calls pro Tag, weil sie eigentlich gar keinen Bock auf ihr Business haben und auf ihr Business haben sie eigentlich gar keinen Bock, weil sie das eigentlich nur machen, um die Anerkennung von ihrem Vater zu bekommen. Das heißt, das weißt du allerdings schon. Allerdings, du gaukelst den Leuten irgendwie trotzdem davor, alter Freunde, hier mit diesen 5 Produktivität-Tipps schaffst du es trotzdem die 100 Cold Calls am Tag zu machen. Ab dem Zeitpunkt, wo deine Innenwahrnehmung nicht der Außenwahrnehmung überspricht, lebst du eine extrem krasse energetische Dissonanz und dann hast du so einen krassen Split in deinem Energiefeld, in deinem Energiekörper und Leute wie ich, ich kann sowas sofort sehen, wenn du einen Split in deinem Energiefeld drin hast, weil dann nimmst du so einen extrem komischen Kompromiss. Dann ist dein ganzes Leben lang ein Kompromiss, einfach weil du dich nicht traust, deine Wahrheit auszusprechen. Hey, ich habe Schiss, meine Wahrheit auszusprechen, weil wenn ich meine Wahrheit aussprechen würde, dann würde endlich mein ultra krass großes helles Licht an die Welt kommen und es würde so verdammt viele Leute blenden, da habe ich echt absolut Schiss davor, weil dadurch würde ich sehr, sehr viele Leute verlieren, die sich von diesem Licht geblendet fühlen. Das ist so ein bisschen der unbewusste Gedankengang und deswegen reduzierst du dich, das heißt, du presst dich wieder in die Schablone, um relatable für die Leute zu sein, weil du Angst hast, sie zu verlieren. So Freunde, das ist not the way to do it. Ich zeige euch den way to do it, wie es besser geht. Und zwar hier, du bist der oberkrass bewusste Motherfucker, das heißt, du bist der hochschwingende Boss. Deine Leute, beziehungsweise deine Zielgruppe, wo du denkst, dass es deine Zielgruppe wäre, das sind allerdings die niedrig schwingenden Leute, das sind die Low Performer. Und wie gesagt, ich mache das ein bisschen sarkastisch, ein bisschen lustig, aber immer ohne Wertung natürlich. Aber das sind hier die Leute. So, und jetzt denkst du dir, okay, fuck man, wenn ich jetzt meine Wahrheit aussprechen würde, wenn ich jetzt einfach meine Innenwahrnehmung zur Außenwahrnehmung machen würde, das heißt, nicht irgendwie einen fucking Kompromiss nach außen austragen würde, sondern einfach sag, was Sache ist, sondern sag einfach, Bro, Jungs, ich kann mit fucking Aliens kommunizieren, ich kann durch Dimensionen jumpen, nachts habe ich wilde Träume, ich habe fast nur Full HD, luzide Träume, da werde ich von Aliens besucht, da jumpe ich durch die Dimensionen und da bekomme ich krasse Botschaften von Aliens und ich kann ein krasses Portal eröffnen und wenn er das Portal öffnet, dann bin ich ein bisschen der Außerwählte, der das Portal öffnen kann und was weiß ich, was ich zum Beispiel beim Webinar gemacht habe. So Freunde, wenn ihr nämlich dann einfach die Frequency raushaut, auf der ihr gerade seid, hemmungsloser Selbstausdruck, ihr drückt einfach eure Wahrheit aus, dann ist das eine extrem hohe Frequency und guess was, guess what Freunde, die Leute, wo ihr denkt, dass das eure Zielgruppe wäre, of course ist dieser Gap hier, dieser Frequency Gap viel zu hoch, oftmals und das heißt, viele Leute von denen, mit denen ihr vielleicht schon jahrelang zusammenarbeitet, beziehungsweise mit denen ihr schon seit Jahren in Kontakt seid, für die ist euer Licht dann einfach zu hell, beziehungsweise für die ist die Energie dann einfach zu intensiv, beziehungsweise es einfach zu wuhu, beziehungsweise das Bewusstsein ist einfach zu hoch, was okay ist, was total fein ist, was nicht schlimm ist und das heißt dann, viele von den Leuten wirst du einfach verlieren, weil der Frequency Gap einfach zu hoch wird. Aber guess what, Kollege, es gibt Leute, die sind relativ nah an deiner Frequency und das heißt, sie sind offen für die Wahrheit, die du von dieser hohen Frequenz aus erzählst. Das heißt, es gibt Leute, die sind hier, die sind nicht ganz unten auf der Frequenzleiter, sondern die sind hier, die sind ein, zwei States von mir aus unter dir und die sind noch lange nicht auf diesem State, wo sie checken, was du da eigentlich da laberst mit deiner Wahrheit, wo sie checken, was du meinst, mit Dimensionen Jumpen, Portale öffnen, mit Aliens kompensieren und lucide Träume in Full HD haben täglich oder jede Nacht. Das sind nur noch weit von entfernt, das selbst zu erfahren beziehungsweise das zu checken, was du da überhaupt meinst, aber die sind so weit, dass sie offen dafür sind. Sie wissen, hey, okay, ja, das ist zwar absolut crazy, was er da erzählt, aber ich bin so offen, dass ich mir vorstellen kann, dass es geht, dass es funktioniert. Und die Leute, die sind nicht auf deiner Frequency, die sind von mir aus ein, zwei Stufen unten drunter, aber die Leute sind offen für deine Wahrheit und die fühlen sich dann von deiner Wahrheit angezogen. So, und das heißt du, hier da oben, der hochschwingende Boss, das bist du von mir aus, du haust einfach nur deine Wahrheit raus, du machst deine Außenwahrnehmung zur Innenwahrheit, indem du einfach hemmungslos teilst, was bei dir abgeht, beziehungsweise du haust einfach deine Wahrheit raus. Und dann die Leute, die von der Frequency, sagen wir, ein, zwei Stufen unter dir sind, die fühlen sich dann von dieser Wahrheit angezogen. Und die Leute, die natürlich zehn Stufen unten drunter sind, für das ist das dann ein energetisches Mischmatch, die fühlen sich dann nicht angezogen. Aber das ist auch vollkommen okay, deine Aufgabe ist es jetzt nicht, 80 Millionen Deutsche zu transformieren. Deine Aufgabe ist es nicht, die ganze Menschheit zu transformieren. Ich zeig dir, wie das nämlich funktioniert, wie du die ganze Menschheit transformierst. Und das heißt, die Leute, die wie gesagt, ein, zwei Level unten drunter sind, die fühlen sich dann dazu angezogen, weil die denken sich, hey, okay, das ist schon geiler Stuff, was der erzählt, schon crazy Stuff, schon weird. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich funktioniert, ich weiß auch nicht, ob das wirklich stimmt, was er da erzählt, aber ich bin offen. Und irgendwie so ein ganz kleiner Teilnehmer, der kann sich vorstellen, dass es eventuell sogar möglich sein könnte. Und die fühlen sich dann von dir angezogen. So, und das ist dann deine Zielgruppe. Deine Zielgruppe sind die Leute, die von deiner Wahrheit angezogen sind. So, und was die Leute dann machen, das ist dann nämlich, dann baust du nämlich eine extrem geile Frequency-Leiter auf. Die Leute, das heißt, das ist zum Beispiel dein Coaching-Kunde oder sonst irgendwie, der spricht dann auch einfach seine Wahrheit. So, der spricht auch einfach seine Wahrheit. Der erzählt, was er gerade erlebt, dass er irgendwie gerade durch Loops bricht, dass er irgendwie Traumata heilt, dass er irgendwie Konditionierungen, dass er ausbricht, dass er irgendwie es Vaterwunder endlich auflöst oder sonst irgendwas. Der spricht wieder seine Wahrheit. So, und dann gibt es wieder ein, zwei Leute oder ein, zwei Stufen unter dem, einem Dude, unter deinem Kunden von mir, ist dann von mir aus jemand anderes, der sich dann von der Wahrheit von deinem Kunden angezogen fühlt. So, und dann spricht der wieder seine Wahrheit aus. So, und dann geht es so weiter und dann hast du auf einmal von dem Kunden, von dem Kunden, von dem Kunden, spricht dann der andere, wie gesagt, seine Wahrheit aus und dann fühlt sich wieder von der nestunteren Stufe wieder jemand angezogen und dann geht das Spiel so weiter. Und dann hast du eine Frequency-Kette erschaffen, wo einfach jeder seine Wahrheit ausdrückt und da sind automatisch dann die richtigen Leute von dem angezogen fühlen und dann sprechen die ihre Wahrheit aus und dann, weil es halt ein, zwei Stufen wieder drunter ist, dann fühlen sich wieder ein, zwei Stufen drunter da die jeweiligen Leute angezogen und dann kommst du so schrittweise, wie so eine Leiter, wie so eine Treppe, Step by Step kommst du dann theoretisch bei den niedrig schwingendsten Leuten überhaupt an und die fühlen sich dann auch sehr, sehr geil abgeholt, weil dann eben die sich zu den Leuten angezogen fühlen, die vielleicht ein, zwei Steps weiter sind als sie. Und dann hast du so eine extrem geile Frequency-Kette erschaffen, indem du einfach dein Licht voll gestrahlt hast. Das heißt, deine Aufgabe ist nicht, die ganze Menschheit zu transformieren, deine Aufgabe ist, deine Wahrheit auszusprechen und die Leute, die zu deiner Wahrheit sich angezogen fühlen, einfach mit den Leuten dann zum Beispiel zusammenarbeiten oder zu interagieren. Und so schaffst du es, die Gesellschaft auf krasser Ebene zu transformieren und zwar komplett effortless, komplett ohne, dass du irgendwie in deinem Kopf dir krasse Marketing-Kampagne überlegen musst oder wie du es machst oder wie du es systematisierst oder wie du es strukturierst oder sowas, es geht einfach nur darum, deine Wahrheit auszusprechen und deine Außenwahrnehmung zu innen eine Wahrnehmung zu machen, weil dann schaffst du es nämlich, diese Leiter zu kreieren. Und wenn du es nämlich nicht machst, wenn du jetzt denkst, okay, du bist aber oberschlau und du willst die Leute da abholen, wo sie sind, das heißt, du reduzierst dich wieder, du reduzierst deine Frequency, dann brichst du die Kette, weil dann ist nämlich, so ich mach's mal hier, weil dann ist nämlich dann die Leute, die ein, zwei States unter dir sind, die eigentlich bereit für deine Wahrheit wären, die bereit für den geisteskrankesten, ultra heftigen, weirden Shit wären, die Leute, die bereit dafür sind, die holst du dann nicht ab. Weil die Leute, die bereit dafür sind, die denken sich, Alter, was für fucking 100 Cold Calls, was für fucking Dopamin, was für fucking Produktivität, Geizmethoden, ich bin schon längst drüber hinweg, da hab ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Alter, gib mir mal the good stuff, ich will jetzt mal hier irgendwie durch Portale jumpen, durch Dimensionen jumpen, ich will jetzt mal irgendwie in die Lichtwelt eintauchen oder sonst irgendwas. Und die Leute holst du dann nicht ab. Und dadurch schaffst du eine geisteskranke Gap in der Frequency Leiter. Und das heißt, du bist dann in dem Fall der Evolutionsstopper, weil du einfach nicht die Eier hast, deine Wahrheit auszusprechen, weil du dann Angst hast, dass dein Licht so hoch ist, dass dein Power so stark ist, dass du dann die ganzen Leute blendest und dann dadurch die Leute verlierst. Und dann bist du eigentlich mit dem, dadurch, dass du dich krass reduzierst, der Evolutionsstopper, weil du die ganze Kette unterbrichst, weil dann hier ein Break ist. Freunde, so, ich mach nochmal eine geile Zeichnung, um es nochmal zu verdeutlichen. Und hier wieder das Bergbeispiel. So, wie gesagt, sagen wir, wir laufen alle einen Berg hoch und das Ziel, es gibt zwar kein Ziel, aber sagen wir, das Ziel ist, diesen Berg zu besteigen. Und du bist dieser krass hochschwingende Boss, das heißt, du bist hier oben. So. Und die ganzen anderen Leute, die sind hier unten, also sagen wir, die meisten sind die niedrigschwingenden Leute, die Low Performer. Und mir ist ein Freund, ich war ein bisschen sarkastisch, ne, also ohne Wertung, also eigentlich sind es keine Low Performer, beziehungsweise eigentlich ist auch dieser Step extrem geil, aber you get my point. So. Okay, Freunde. Und deine Aufgabe ist jetzt nicht, die fucking Brücke zu sein, sondern deine Aufgabe ist, der fucking Leuchtturm zu sein. Das heißt, du willst nicht dann wieder diesen Berg runter gehen, um dann den Leuten nach oben zu helfen, die dürfen selbst ihre Erfahrung machen, sondern deine Aufgabe ist einfach, so hell zu strahlen, dein Licht so hell brennen zu lassen, so hell zu strahlen und einfach weiter diesen fucking Berg nach oben gehen, weil dadurch leuchtest du den anderen Leuten nämlich den Weg und dadurch, dass du so ein fucking Leuchtturm bist, dadurch, dass du so fucking strahlst, leuchtest du den Leuten den Weg und dann können sie von selber nach oben laufen. Da musst du dich nicht reduzieren, da musst du nicht nach unten kommen und die Leute irgendwie hochholen. Das heißt, die Leute können dann selbst nach oben laufen, weil du diesen Weg theoretisch schon geebnet hast, beziehungsweise vorgelaufen bist und die Leute sehen, ah okay, guck mal, da hinten ist Licht, weil da ist ja schon XY. Der ist ja schon, okay, der hat den Weg, den Weg schon gegangen, das heißt, da leuchtet es schon. Der leuchtet mit seinem Leuchtturm, mit seiner Strahlkraft leuchtet er runter und dadurch kann ich den Weg sehen und dadurch kann ich nach oben laufen. That's the way to go, my friends. So, genau, das heißt, du willst nicht die Brücke sein, sondern der fucking Leuchtturm. Das heißt, reduziere dich nicht. Reduziere dich nicht für andere Leute. Ey, aber ich habe Angst, dass ich dann zu viel für Leute bin. Ja, Bro, guess what? Du bist zu viel für Leute und du wirst Leute verlieren. Aber die Leute, die du verlierst, die werden eins zu eins durch die Leute ersetzt, die bereit dafür sind. Und weißt du, wie verdammt geil es ist, Leute in deinem Feld zu haben, wo du dich nicht die ganze Zeit reduzieren musst, wo du nicht die ganze Zeit Angst hast, dass wenn du sagst, Alter, wenn ich jetzt meine Wahrheit droppen würde, dann würde der überhaupt nicht mehr auf sein Leben klarkommen, dann würde der mich denken, ey, ich wäre verrückt oder sonst irgendwas. Sondern weißt du, wie geil es ist, wenn du Leute in deinem Feld sind, offen für das ganze Wo-Wo-Wo, offen für das ganze weirden Stuff. Und dann geht es erst richtig ab, weil dann habt ihr Momentum. Weil dann hast du die ganzen fucking Zweifel nicht mehr, beziehungsweise du hast nicht immer diese Zweifel, diese Self-Doubt oder diese weirde Stimmung, die du erst überkommen musst, sondern du kannst einfach direkt alles raushauen und der andere gegenüber ist resonanzfähig und deswegen nimmt er das direkt auf und deswegen float es sofort. Und deswegen, dann könnt ihr gemeinsam es senden von mir aus. Crazy Shit, Freunde, Crazy Shit. Und das heißt, deine Zielgruppe, sind nicht die Leute, die du dir am Whiteboard irgendwie ausgedacht hast, die irgendwie zwischen 18 und 25 sind und irgendwie krass reich sind oder sonst irgendwas. Deine Zielgruppe sind einfach die Leute, die von deiner Wahrheit angezogen sind. Das ist deine Zielgruppe. Das heißt, die Leute, die natürlich von dir angezogen sind, wenn du einfach du selbst bist und dich einfach hemmungslos selbst ausdrücken kannst. Das ist deine Zielgruppe, my friends. Genau, Freunde, und so viel war es schon. Und es heißt, reduziere dich bitte nicht selbst, stumpfe dich nicht selbst ab, nur weil du Angst hast, dass dein Licht zu stark für die anderen Leute ist, sie blenden würde und du dadurch extrem viele Leute verlieren wirst. Du wirst extrem viele Leute verlieren, aber du wirst automatisch dann Platz für die richtigen Leute machen. Du musst erst die Leute verlieren, dann hast du Platz für die richtigen Leute und dann kommen die richtigen Leute und dann denkst du dir, alter fuck ist das geil mit den richtigen Leuten in meinem Feld, weil ich mich endlich nicht mehr reduzieren muss, sondern weil ich endlich zu 100% mein weirdes, hochschwingendes, bewusstes, interdimensionales Wesen sein kann und nicht die Angst haben muss, dass ich zu viel für die Leute bin bzw. dass die Leute in meinem Feld das handeln können, weil ich meine Wahrheit ausgedrückt habe und dann die Leute mein Feld verlassen haben, die nicht ready dafür sind und die Leute, die ready dafür sind, in mein Feld kommen. Und dann hast du die größte Geiste Upward Spiral kreiert überhaupt, weil dann sendet die einfach nur ultra krass heftig. Freunde, das war die Botschaft des heutigen Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, euch hat sowas in euch ausgelöst, ich hoffe, das aktiviert euch in was und das heißt, reduziert euch nicht, auch nicht im Business-Kontext, sprecht einfach eure Wahrheit aus, die Zielgruppe sind die Leute, die von eurer Wahrheit angezogen sind und schau, dass die Ausnahme und Widernehmung deiner Inwarnung entspricht. Sonst lebst du ein extrem krasses energetische Dissonanz, hast extremen Split im Energiefeld und dein ganzes Leben wird einfach nur ein krass ekelhafter Konflikt. Freunde, soviel dazu. Ich weiß, es war ein sehr, sehr spezifisches Video für eine relativ wenige Anzahl von Leuten, allerdings, was mir trotzdem eine Herzensangelegenheit, dass die Leute, für die diese Botschaft bestimmt ist, dass die es trotzdem mitbekommen und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt beziehungsweise lasst ein Abo da, schreibt mir auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder sonst irgendwas, kommt in meine WhatsApp-Gruppe erikakner.de und ansonsten hat es mich riesige Freude und ciao, Kakao.